Guten Tag, mein Name ist Thomas und ich möchte Ihnen die Pflanze des Jahres vorstellen. Die Pflanze heißt Snow Princess und ist eine Lobularia mit einer gewaltigen Kraft am Flüten, die immer reich blühen von den ersten schönen Frühlingstagen bis zum Frost. Ein weiterer Vorteil dieser Pflanze ist, dass die steril ist, das bedeutet sie macht keine Samen und ist deshalb sehr pflegeleicht. Sie schmutzt wenig und man muss auch keine Blüten entfernen und die blüht und blüht den ganzen Sommer lang. Diese Pflanze kann kombiniert werden mit anderen sehr wüchsigen Pflanzen, wie hängende Petunien, wie Sophien, wie Pidens Flair und wie Supertunia as Beyblis.